Samstag 25. Wir sind nach Villa de San Bartolomé de Tirayana gefahren und wie man auf dem Scheld sieht, wird es von seinen Einwohnern liebevoll Tunte genannt. Netter kleiner Ort und man blickt nach Süden, Richtung Maspalomas. Und wir wollten eigentlich eine Wanderung hier in diesem Bereich machen. Wir haben uns täuschen lassen von der Karte, wo ein Wald eingetragen war. Hier ist kein Wald, hier sind ein paar Büsche. Und die Wanderung hier, die sollte sehr lang sein und da würden wir verbrennen. Wir trinken jetzt einen Kaffee und fahren zurück in das Zentralgebiet, wo wir Wald haben.